Ja, ich grüße dich, schön, dass du wieder aufgetreten hast. Ich habe es endlich mal geschafft, dass hier durch vieles und auch durch mich einiges gelöst werden kann und konnte. Aber wir müssen halt wieder weiter daran arbeiten, dass die Gesellschaft nicht mehr so gespaltet wird, wie sie vor drei, vier Jahren passiert ist. Aber ich möchte eines noch erwähnen. Die Gesellschaft hat es nicht verdient, sich gegeneinander ausspielen zu lassen. Das möchte ich auch noch an dieser Stelle erwähnen. Und ja, Leute, lasst mir auch noch mal gesagt sein, dass ich eigentlich ein Mensch bin, der weiß, was gut ist und was auch nicht gut ist. Und mir ist auch super, super wichtig, dass ein gemeinsames Zusammenhalten wichtiger ist, als wie alles andere. Und lasst mich auch noch etwas erwähnen. Die Menschheit hat es nicht verdient, hier gespaltet zu werden. Und egal, ob man jetzt Lernschwierigkeiten hat, ob man jetzt dick ist, ob man dünn ist, ob man magersüchtig ist oder übergewichtig ist. Und jeder Mensch hat es verdient, hier ernst genommen zu werden, weil Menschen zu schikanieren, egal in welcher Art und Weise, ja, eigentlich ein No-Go. Aber wenn es um eine Regierung geht, die dem Bürger nur das tut, was nicht gut tut, dann muss man es erwähnen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und alles Jude von mir. Bis bald.